Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Manspläne FIFA 18 Ultimate Team mit Paxes. Wir haben es geschafft, letztes Mal zwei Gegner zum Abbruch zu bekommen. Das war ganz geil. Das dritte Spiel haben wir leider verloren, aber auch da haben wir anständig gespielt, von daher kann ich zufrieden sein. Ich habe meine Moral erst mal wiedergefunden. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder vier Spiele unglücklichen Folge verliere und wieder einbreche, was das angeht, mit meinem Kopf, mit meinem Mindset, aber das ist erst mal von den Zahlen her ein schwaches Team, aber die Abwehr, also vor allem der Torhüter ist ziemlich schwach. Das Sturm ist natürlich sehr gut, auch wenn die Zahlen klein sind. Ich habe jetzt auch eine Kopfmesserplatte genommen, damit ich hier die restlichen Spiele abstruieren kann, ohne dass ich immer mehr meinen Kopf drückt, wobei ich natürlich jetzt erst mal eine Zeit brauche, bis die wirkt. Ich denke mal, eine halbe Stunde oder so dauert es ja meistens. Blöde Ecke, ich glaube, der Gegner ist ziemlich gut. Auch geil, wie zwei Spieler von mir vorbeirennen an dem Ball, ohne zu springen, ohne zu köpfen. Ich weiß nicht, dass ein Foul war, aber war komisch. Der Gegner pausiert. B? Wahrscheinlich stellt er seine Formation an, würde ich behaupten. Weil, wie gesagt, mit dem 4-3-3 oder 4-3-2-1 spielen eigentlich weniger. Reicht das eigentlich, wenn ich so mache, sehe ich das dann trotzdem, oder muss ich immer erst rausgehen? Scheint sich umzustellen. Uh, danke. Das war jetzt aber auch scheiße. Okay, er macht auch gerne einen Schuss, wie es aussieht. Das war blöd, dass wir hier den Ball verlieren. Aber ganz ehrlich, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass Vidal hier den Ball verliert. Ich dachte, der läuft erst mal geradeaus weiter. Fällt mir nicht, wie der Gegner spielt. Macht es ganz einständig bisher. Und halt, dass durch das Quänschen glücklich es aussieht. Also, ich habe jetzt mit dem Ball, Schöne. 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 Da wollte ich nicht hinpassen. Ja, immer da einflankt. Total sinnlos. Sollten eigentlich nicht durchkommen, wenn ich da gut stehe. Es sei denn natürlich, mein Spielerwechsel funktioniert nicht und er wechselt genau in dem Moment den Spieler. Dann kann das natürlich passieren. Macht nichts. Hauptsache, er ist mal weg mit seinem komischen Rumgeier. Kann ich halt aber nicht mehr gräbchen, ist schon okay. Einfach weiter ruhig bleiben. Hat sich ja gelohnt. Vielen Dank. Oh nein. Oh, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Verstehe ich aber auch wieder nicht, wie die Planke funktionieren kann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, da haben wir gefeiert. Das war aber ein richtig geiler Pass. Ach, ich weiß nicht. Soll ich mal die Formation ändern? Wir haben null mal geschossen, was? Okay. Wir erinnern mal. Ich gehe mal auf 41212, weil ich glaube, 422 passt ja nicht so richtig. Fick dich einfach. Dieser scheiß Anschlusskack. Ich habe es versucht, war wieder nicht drin, weil er einfach wieder durchrennen kann, weil meine Abwehr wieder keinen Bock hat. Egal, wo sie es trotzdem mit der Formation versuchen ist, irgendwie noch hinzubiegen. Das ist Lack. Ich meine, es ist nur ein 1-0. Es kann schnell wieder in die andere Richtung gehen. Also, kann er mal aufhören zu lacken. Also, kann er mal aufhören zu lacken. Ich bin einfach. Oh! 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 Amen. 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 Scheiße. Na also, Boom! Sehr schön. Funktioniert auch besser in der Formation, würde ich sagen. Deswegen ganz gut, dass wir die gewechselt haben. Oh, nein. Das war ein toller Pass. So ein Scheiß, Mann! Alles probiert! Alles probiert! Nichts! Er stümpert sich einfach durch. Es war auch nicht mal mehr Lack. War einfach irgendwelche Scheißtricks. Vidal war dran. Alle waren dran. Scheißegal. Martial ist halt nicht zu stoppen. Oh. Schon wieder! Schon wieder! Schon wieder! Und vor allem, Vidal, das Monster schlechthin, ne? Er kann nichts machen. Es ist einfach egal. Die kriegen den Ball einfach nicht weg von den Scheißspielern. Krass. Und mach. Es ist einfach nicht denn so. Wie soll ich das hier orchestraschen euch answert? Elfmeter, vielen Dank Aber erst mal schießen, erst mal treffen Obwohl man sich freut Und es war auch ein klarer Elfmeter Das war auch, glaube ich, seine Schuld Er ist mich reingelaufen, ganz komisch Ja, nee, er hat sogar getackelt Krass Ich dachte echt, er kriegt ihn, aber war dann zu platziert Sehr schön Okay Schade 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 Ich muss da abziehen Oh, was macht denn der? Und es klappt. Oh, wie... Das war so klar, dass es ein Foul ist, hey. Was ist denn wie Vidal in dem Spiel los? Danke. Verlängerung. Ich hätte keinen Bock drauf, aber mir lieber, als wenn ich direkt verloren hätte. Das ist echt ein Gegner, wo ich super gerne gewinnen würde. Das wäre echt geil. Scheiße. Vielleicht eine Ballannahme, aber war natürlich ein strafer Pass und deswegen schwer. Vidal stand vor ihm, aber Vidal schafft halt einfach in dem Spiel gar nichts. Endlich mal ein paar Lacken. Klickt, dass es nicht schon wieder auf mir da gibt. Scheiße. Eine Grätsche, falls er das gemacht hat. Aber ich glaube, es war gar keine Grätsche. Es wird um Kotzen, dass wirklich die Spieler nichts machen. Gar nichts. Danke, 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 danke. Oh, ich glaube, das Elfmeterschießen werde ich verlieren. Ich habe auch schon Elfmeter geschossen. Er war schon in der richtigen Ecke. Da habe ich noch Glück, dass er zu platziert war. War es nicht gut. Das ist kein gutes Omen. Ich meine, okay, er war drin. Das könnte man auch als gutes Omen nehmen. Aber erst mal durchhalten. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ins Elfmeterschießen kommen. Ich glaube, einer schießt noch ein Tor. Ich oder ja. Gut gemacht mit der Regie. Vielleicht besser durchgeraten mit Kimmich, wie es aussieht. Wieder verliert Vidal den Ball. Das Stürmerfoul. Oh, zum Glück. Ich dachte, er gibt jetzt Elfmeter. Kommen wir mal näher ran, oder? Was ist denn hier unten los? Oh, danke Vidal. Okay, du hast was geil gemacht in dem Spiel. Es wurde aber auch Zeit, dass da wieder was Geiles kommt. Elio Nussi macht gerade ein bisschen Scheiß in dem Spiel. Ich habe das Gefühl. Wir laufen quasi rein. Ich habe gesagt, einer schießt noch ein Tor. Und jetzt dürfen wir nur in den letzten paar Minuten nicht hier den Ausgleich fressen. Dann ist alles gut. Und Elio Nussi hat auch vorhin ein bisschen komisch gespielt. Das macht uns wieder gut. Sehr schön. Das wäre so geil gegen diesen blöden... ...möchtigern-Trixer. ...möchtigern-Trixer. Come on. Scheiße. Okay, das müsste es gewesen sein. Sollte er eigentlich nicht mehr an den Ball kommen. ...möchtigern-Trixer. 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 Wahrscheinlich ist das so ein Ding. Der Ball kann nur offensiv oder defensiv gut sein. Werner hat auch eins gemacht. Man of the Match ist sogar Elio Nussi. Der ist mir gar nicht positiv aufgefallen. Auch jetzt das Tor natürlich. Vorlagen. Elio Nussi, Alessandrini, Arangis und Tolisso. Okay. Sehr geil. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Höhe am Ende nicht verdienen mit zwei Toren Vorsprung. Schauen wir mal. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch... ...zwei Siege für Gold 1. Äh, Gold 3, glaube ich. Konzentrieren wir uns. Versuchen jetzt den nächsten Sieger einzufahren. Am besten ohne Verlängerung. Hätte ich Bock drauf. Wie viele Spieler haben wir jetzt noch? Acht, ne? Sehr gutes Team. Viel Chelsea. An sich Premier League. Sehr guter Sturm. Aber auch gutes Mittelfeld. Abwehr ist jetzt ausbaufähig, sage ich mal. Aber auch schon gut. Hätte man besser machen können. Spiel abgefangen von Willian. Ach, schade. Hätte man wahrscheinlich sogar Flasches wählen können beim Schwenden. Sehr schön mit Miranda. Sehr schön mit mir ran. Sehr schön mit mir ran. Auch sehr schnell, sehr aggressiv bisher in der Verteidigung. Okay, jetzt sage ich es und er geht auf Zustellen. Schöner Schuss. Gut gehalten. Auch Zaubertuche könnten echt mal wieder fallen. Vor allem halt von... Feminiu, der war nicht straff genug, aber Neymar hat auch keinen wirklich guten Distanzschuss. Na gut. Oh, nice luck. Nice Doppelluck. Das hat er ja klasse gemacht. 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 Sollte es ja klasse gemacht. Jetzt wird es scheiße. Okay. Hat es nicht gut ausgespielt finde ich. Kann immer noch einen Tor machen, aber... Sollte es etwas leichter zu verteidigen sein. Ja, auf den. Ja, auf den. Schöner Pass. Wieder gut gehalten von Ederson. Verdammt. Ich meine, da hat man auch Glück, bis man noch am Ball kommt. Schade. Auf den wollte ich natürlich nicht passen. Guter Pass, guter Abschluss. Sehr schön. Mein Lieblingsjubel, den ich halt so selten mache, weil er meistens nicht klappt. Schön flach ins Kurze Eck. Jetzt konzentrieren wir uns, wenn wir zu Null spielen. Ich meine, ich habe mich noch vorher konzentriert, um zu Null zu spielen, aber jetzt ist es wichtiger, weil jetzt haben wir gewonnen, wenn wir zu Null spielen. So, die erste Halbzeit ist gleich vorbei. Statistikmäßig scheint es auch gar nicht so unverdient zu sein, dass wir hier 1-0 führen. Man ist ja auch eine recht knappe Führung. War eigentlich auch die beste Chance im Spiel, also war ja auch sehr gut rausgespielt, denke ich. Oh. 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 Spiel den Fehlpass, Ball kommt trotzdem an. Jetzt wird's scheiße, weil niemand da ist. Und... Doch, vielleicht doch, aber leider... Oh nein, nein! Ich dachte halt, er antizipiert auf die andere Seite, also zu meinem Tor hin. Deswegen bin ich in die Richtung und dann blockiert er mich und es geht so aus. Hätte ich doch lieber in die andere Richtung gehen sollen. Oder im nächsten Mal. Zwei Spieler stehen bei ihm, er kann halt trotzdem abschließen. Egal, es steht 1-1. Nicht verdient, aber egal. Ich bin ja auch mittlerweile müde, ich merke das. Meine Konzentration wird dementsprechend darunter leiden. Ich bin ja auch mittlerweile müde. Jetzt kommt hier ein bisschen. Ich bin ja auch immer müde. 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 Da wollte ich nicht hinpassen, sollte klar sein. Was ist das noch nicht draußen, krass. Wie läuft es nicht mehr so richtig? Ich werde dann auch direkt mal die Formation aus 4222 wechseln. Wenn der Ball irgendwann mal rausgehen sollte. Wenn der Ball ist, dann kommt die Formation aus 4222 wechseln. Wenn der Ball ist, dann kommt die Formation aus 4222. Wenn der Ball ist, dann kommt die Formation aus 4222 wechseln. Wenn der Ball ist, dann kommt die Formation aus 4222. Das war dumm. Wenn der Ball ist, dann kommt die Formation aus 4222. Oh, geiler Kopfball, da geht nicht rein, weil Ederson wieder durchdreht. Dann soll ich auch mal überlegen, mir den in Form Ederson ins Tor zu stellen, so wie der abgeht. War natürlich nicht mal ansatzweise der Plan. Danke, dass du abfeifst. War nicht mal ansatzweise der Plan, dahin zu flanken. Egal. Schauen wir mal, also ich denke, wie gesagt, ein knappes Sieg wäre eigentlich nicht unverdient gewesen, aber es ist leider noch nicht so weit. Achja, ich wollte ja eigentlich das Bild dann auswechseln. Vielleicht wechsel ich aber auch Raphael aus und setzt William dafür rein. Muss ich mal gucken, wie die Ausdauer ist. Ja. Ich zähle es mal als geklärt, auch wenn er jetzt einfach weiterlaufen kann. Ja. Firmenio, endlich mal wieder so ein Zaubertor, da braucht Zeit. Jetzt müssen wir uns aber konzentrieren, haben noch eine halbe Zeile, aber auf jeden Fall direkt auf Zeit. Willian, Raphael nehmen sie nicht so viel, da werde ich wahrscheinlich wirklich Willian da in den Sturm stellen und Raphael er auswechseln gegen Arangis, äh, gegen Elio Nussi. Oh, ich gucke mir wieder an, kaputt. Eieieiei, und die Kopfschmerzen will auch nicht so wirklich weggehen. Vielleicht ein bisschen weniger gucken. Salah, raus, rein, rein, okay. So, jetzt mal die Halbzeit beenden lassen. Sehr gut. Jetzt die andere gewinnen. Ich meine, die ersten haben wir ja auch gewonnen, da haben wir einen Tuggeschoss und da geht nur Fans. Richtig gut gespielt von ihm. Ich habe es nicht geschafft, mich da gut zu positionieren. Dann haben wir Glück, dass Neto hier den Held, ich sag mal, jetzt werden Unentschieden wieder verdient, durch diese Aktion definitiv. Okay. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was er für einen Champions-Style hat. Kann natürlich sein, dass er ein Maestro, der hat eigentlich immer noch einen schlechten Distanzschuss wert, aber egal. Schlagabschluss von Sonnen. Jetzt müssen wir mal richtig krass aufs Zeitspiel gehen, verdammt. Gehen wir denn mal hin. Das wird dumm. Das war aber zum Glück auch dumm. Das war's. Puh, anstrengend, aber gewonnen. Nice. So, wir gucken, wie die Spiele noch sind, wie viel ich gewonnen habe. Ich glaube, einen Sieg brauche ich noch, oder? Dafür gehört drei. Die Spiele haben wir, glaube ich, jetzt noch sieben. Ja, genau, nach sieben Spielern und einen Sieg brauchen wir noch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, er packst du das Tsch Tsch Tsch. K piano.